Ich hätte es wissen müssen. Kurz vor der Autobahnausfahrt in Bern lauert ein grauer Radarkasten. Er steht dort schon seit Jahren. Keine Ahnung, was in meinem Kopf vorging. Der Blitz riss mich aus meinen Gedanken und ein flüchtiger Blick auf den Tacho bestätigte, mindestens 20 kmh zu schnell und kein anderes Auto weit und breit, das als Sündenbock in Frage kam. Am nächsten Tag in Zürich beobachtete ich aus der Distanz, wie ein Polizist einen Strafzettel unter den Scheibenwischer meines Wagens klemmte. Jawohl, ich hatte gesetzwidrig geparkt, weil das Parkhaus voll und ich in Eile war, weil in der Zürcher Innenstadt legale Parkplätze etwa so zahlreich sind wie Liegestühle in der Antarktis. Einen Augenblick lang überlegte ich hinzurennen. Ich malte mir aus, wie ich vor dem Polizisten stehen würde, hechelnd und mit zerzaustem Haar, ihm mein Dilemma erläuternd. Ich ließ es bleiben. Denn über die Jahre habe ich gelernt, dass man sich damit nur lächerlich macht. Man fühlt sich klein und schläft danach schlecht. Früher haben mich Strafzettel aufgebracht, heute quittiere ich sie mit einem Lächeln. Ich ziehe den Betrag einfach von meinem Spendenkonto ab. Dort habe ich ein Jahresbudget von 10.000 Franken für gute Zwecke reserviert, inklusive Strafzettel. Diesen einfachen Trick nennt man in der Psychologie Mental Accounting, mentale Buchhaltung. Eigentlich handelt es sich um einen klassischen Denkfehler. Menschen behandeln Geld anders, je nachdem aus welcher Quelle es stammt. Wenn sie zum Beispiel einen Hunderter auf der Straße finden, gehen sie lockerer damit um, geben ihn schneller und frivoler aus als erarbeitetes Geld. Das Strafzettelbeispiel zeigt, wie man sich einen solchen Denkfehler zunutze machen kann. Man trickst sich selber willentlich aus, der eigenen Seelenruhe zuliebe. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem armen Land unterwegs und Ihre Brieftasche verschwindet. Kurz darauf finden Sie sie wieder mit allem drin, außer dem Bargeld. Interpretieren Sie diesen Vorfall als Raub oder als Spende an Menschen, denen es vermutlich schlechter geht als Ihnen. Die Tatsache, dass Ihnen Geld geklaut wurde, können Sie durch Gedanken nicht verändern. Aber die Bedeutung des Geschehens, die Interpretation des Vorfalls, darüber haben Sie Macht. Das gute Leben hat viel mit der konstruktiven Interpretation von Tatsachen zu tun. Auf die Preise in Läden oder Restaurants schlage ich mental immer 50 Prozent drauf. Das ist der Betrag, den mich ein paar Schuhe oder eine Seezunge à la Meunière effektiv kostet, vor Abzug meiner Einkommensteuer. Angenommen, ein Glas Wein kostet 10 Euro. Dann muss ich 15 Euro verdienen, um mir den Wein leisten zu können. Das ist für mich gute, mentale Buchhaltung, um meine Ausgaben im Griff zu behalten. Hotels bezahle ich mit Vorliebe im Voraus. So muss ich mir ein romantisches Wochenende in Paris nicht zum Schluss durch die Rechnung verderben lassen. So muss ich mir ein romantisches Wochenende in Paris nicht zum Schluss durch die Rechnung verderben lassen.